Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Jagdmister X. Ich möchte mit euch die zweite Aufgabe der Mathematik-Olympiade 2024, erste Stufe für die Klasse 4, lösen. Und dort wird es, wie wir gleich sehen, um Stäbchen gehen. Also gleich lange Stäbchen werden immer geradlinig oder im rechten Winkel an ihren Enden zu Figuren aneinandergelegt. Einen Punkt, an dem zwei oder mehr Stäbchen aneinanderstoßen, nennen wir Knotenpunkt. Also hier seht ihr, hier haben wir zwei Stäbchen geradlinig aneinandergelegt und wo diese beiden Stäbchen aneinanderstoßen, da haben wir einen Knotenpunkt. Und hier erhalten wir einen rechten Winkel und da, wo die beiden Stäbchen aneinanderstoßen, haben wir auch wieder einen Knotenpunkt. Dann gibt es noch ein Beispiel für fünf Stäbchen und das Beispiel, das könnt ihr hier sehen. Wir haben also eins, zwei, drei, vier, fünf Stäbchen und hier berühren sich drei Stäbchen, also haben wir einen Knotenpunkt. Hier berühren sich zwei Stäbchen und hier berühren sich zwei Stäbchen, also kommen noch zwei Knotenpunkte hinzu. Also insgesamt finden wir in dem Beispiel fünf Stäbchen mit drei Knoten. So und nachdem wir all dies verstanden haben, können wir die Aufgabenteile A, B und C lösen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wir sehen und hören uns dann gleich wieder. Starten wir mit dem Aufgabenteile A, zeichne drei Stäbchen mit genau einem Knotenpunkt. Also drei Stäbchen mit genau einem Knotenpunkt. Das könnte beispielsweise so aussehen. Also wir nehmen ein Stäbchen und packen noch ein zweites Stäbchen oder fügen noch ein zweites Stäbchen geradlinig an und wir dürfen jetzt auf keinen Fall noch ein drittes Stäbchen geradlinig anfügen, weil wenn wir das machen würden, dann würde hier ein Knotenpunkt entstehen, weil zwei Stäbchen sich berühren und hier würde auch noch ein Knotenpunkt entstehen. Es soll aber nur ein Knotenpunkt entstehen. Also das wäre falsch. Und jetzt sieht man schon, wir können jetzt beispielsweise noch so ein Stäbchen nehmen und das dann im rechten Winkel anlegen. Und dann haben wir hier einen Knotenpunkt mit genau drei Stäbchen. Das wäre eine Beispiellösung für den Aufgabenteil A. Dann kommen wir mal zu B. Zeichne drei Stäbchen mit genau zwei Knotenpunkten. Gib zwei unterschiedliche Lösungen an. Ein Beispiel hatten wir schon gerade diskutiert, wo wir also einfach drei Stäbchen geradlinig aneinander anordnen. Da haben wir schon gesehen, da entstehen also tatsächlich genau zwei Knotenpunkte, die sich dann hier befinden. So, wir sollen zwei unterschiedliche Lösungen angeben. Also überlegen wir uns mal, was man noch machen könnte. Naja, wir könnten beispielsweise noch einmal waagerecht zwei Stäbchen oder auch geradlinig aneinander legen. Da haben wir schon mal einen Knotenpunkt. Und dann können wir noch einen im rechten Winkel anlegen. Und der könnte sich jetzt beispielsweise hier befinden. Dann hätten wir zwei Knotenpunkte. Oder der könnte sich auch hier befinden. Dann hätten wir zwei Knotenpunkte. Hier würde es nicht funktionieren. Wie wir in A schon gesehen haben, dann gäbe es ja nur einen Knotenpunkt. So, ich packe den jetzt einmal hier hin. Und dann haben wir drei Stäbchen mit zwei Knotenpunkten. Und zwar genau zwei unterschiedliche Lösungen. Wenn ihr noch andere Lösungen gefunden habt, dann könnt ihr mir die gern einmal in die Kommentare schreiben. Also einfach schreiben, wie ihr die Stäbchen dann angeordnet habt. So, dann kommen wir schon zum Aufgabenteil C. Jetzt sollen wir vier Stäbchen verwenden. Nach den oben genannten Regeln. Und dabei können jetzt unterschiedlich viele Knotenpunkte entstehen. Zeichne für jede mögliche Anzahl von Knotenpunkten ein Beispiel. Ganz, ganz wichtig ist, dass hier steht für jede mögliche Anzahl. Das heißt, wir dürfen jetzt keine Anzahl vergessen. Und insofern sollten wir uns ein Ordnungsprinzip überlegen, damit wir nichts vergessen. Und das Ordnungsprinzip könnte lauten von klein nach groß. Also beginnen wir einmal mit der kleinsten Anzahl von Knotenpunkten, wo wir nur einen haben. Jetzt müssen wir mal überlegen, ob uns das mit vier Stäbchen gelingen kann. Und meine erste Idee ist, dass wir hier einfach ein Plus bauen. Schaut mal. Also wir ordnen erstmal zwei Stäbchen geradlinig an, so von oben nach unten. Und dann noch einmal zwei geradlinig von links nach rechts. Und ihr seht, diese vier Stäbchen berühren sich jetzt in diesem Knotenpunkt. Und wir haben tatsächlich eine Lösung gefunden mit vier Stäbchen und einem Knotenpunkt. Ich schreibe dafür mal 4,1. So, dann sollen wir zwei Knotenpunkte haben, wenn wir vier Stäbchen verwenden. Was können wir dann da machen? Also wir könnten beispielsweise auf die Idee kommen, wir nehmen zunächst einmal zwei Stäbchen, die wir so waagerecht aneinanderordnen. So, jetzt hätten wir schon einmal einen Knotenpunkt. Das heißt, einer darf nur noch dazu kommen. Und das bedeutet, wir könnten jetzt folgendes machen. Wir können einen rechten Winkel bauen. Das heißt, wir nehmen ein Stäbchen und das positionieren wir hier. Und wir nehmen noch so ein Stäbchen, wo wir einen rechten Winkel bauen. Das positionieren wir beispielsweise hier. Und ihr seht schon, wir haben eine Lösung gefunden mit vier Stäbchen und zwei Knoten. Gibt es auch eine Lösung mit vier Stäbchen und drei Knoten? Was meint ihr? Was können wir machen? Wir könnten beispielsweise einmal zwei Stäbchen waagerecht legen. Also eins, zwei. Dann haben wir einen Knotenpunkt. Und jetzt brauchen wir noch zwei weitere Knotenpunkte. Und die können wir beispielsweise hier außen bekommen. Indem wir jetzt ein Stäbchen im rechten Winkel anlegen. Beispielsweise hier. Und dann können wir noch ein zweites Stäbchen im rechten Winkel anlegen. Beispielsweise hier. Es würde aber auch hier funktionieren. Also das können wir jetzt machen, wie wir wollen. Ich lasse einmal die Lösung so. Und das wäre eine Lösung für vier Stäbchen und drei Knoten. Ja, und finden wir auch noch eine Lösung, wo wir tatsächlich mit vier Stäbchen vier Knoten bekommen können? Geht das? Wenn wir ein Viereck haben. Ein Viereck besteht doch aus vier Seiten und aus Viereckpunkten. Also können wir doch einfach ein Viereck basteln. Machen wir das mal. Und ihr seht schon, da entstehen jetzt tatsächlich vier Knoten mit vier Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier. Super. Kann man mit vier Stäbchen auch fünf Knoten bekommen? Ich würde mal sagen, nicht. Was meint ihr? Ihr könnt mir gerne eure Ideen dazu in die Kommentare schreiben. Alles Liebe, alles Gute, euer Jörgmister X.